Die flexible Stryker SL Allround Hose wurde in Zusammenarbeit mit Berufsjägern für die Jagd sowie die alltägliche Revierarbeit konzipiert. Das robuste und abriebfeste Obermaterial aus 100% Cordura und Oxford Nylon ist ideal für den ganzjährigen Einsatz dieser nicht isolierten Hose. Cordura-Stretch-Einsätze im Knie- und Oberschenkelbereich sowie die vorgeformten Kniepartien bieten höchste Bewegungsfreiheit. Zusätzliche Verstärkungen im Bereich der Unterschenkel erhöhen die Strapazierfähigkeit. Eine wasserabweisende Ausrüstung sorgt für das Abperlen von Nässe. Die Hose ist mit sechs Außentaschen versehen. Die linke Unterschenkeltasche ist mit Netzinnentasche für das Smartphone ausgestattet. Zwei Reißverschlusstaschen mit schnellem Zugriff zur Munition. Bei körperlicher Anstrengung gewährleisten zwei seitliche Belüftungsöffnungen sofortige Abkühlung. Der eingenähte Auffangschutz verhindert das Eindringen von grobem Schmutz. Der verlängerte Hosenbund mit integriertem Silikoneinsatz schützt die kälteempfindliche Nierenregion und verhindert das Heraushutschen des Oberteiles. Die Hose ist mit kombinierten Gürtel-Hosenträgerschlaufen ausgestattet und lässt sich so perfekt mit den Blaser-Outfits-Hosenträgern kombinieren. Die robuste und wasserabweisende Stryker SL-Hose eignet sich hervorragend für die Jagd- und Revierarbeit.